und jetzt überleg dir mal wie viele builds er halt die hohen maps machen bei part of exile aber auch ist so dahingesagt und ich mein es gibt natürlich immer hardcore neben mir landet einer hier landet direkt einer bei mir wo bist du bist du hier vorne ich laufe dem kann hinterher rennt weg hier aus dem weg hier aus dem weg bam hit of my head es tut mir so leid digger es tut mir so ich bin so gut getroffen vor mir liegt eine zweierweste für dich drin die kannst du nehmen ich wollte tatsächlich zuerst reinlaufen oder versuchen zuerst reinzulaufen ach so du bist jetzt schon drüben bei ihm ne inzwischen haus ich kann die winchester nehmen alles gut ich denke hier liegt bestimmt eh noch eine waffe in mein glück doch jetzt habe ich es gejinkst jetzt habe ich es gejinkst das war so klar das einzige was ich kriege ist hier oben eine pan noch eine zweierweste kannst du dir jetzt hat oben auch noch eine jetzt genommen wo du weitergelaufen bist ich habe die acker immer noch liegen lassen ach so ok ich habe winchester und revolver reicht eigentlich erstmal kein redlot ich hasse es ohne redlot zu spielen die zwei wirst du nicht doof muss einmal oben lang doch man muss sie ja nicht sehen keine zwei wirst du nicht sehen und zwei rucks ich habe gerade da hinten alle wirklich in der letzten ecke und pushen den ist weil er war eigentlich alleine ich habe dich echt blöd mit der mensch das war so hohl der wird oben drauf sitzen gehe ich mal von aus inzwischen könnte auch sein mate da sein ich sehe ihn nicht hier drin oh oh nein alles gut oh nice mit der win ja drei treffer der hat nur den ersten getroffen und danach nicht mehr ja sehr gut da oben auf dem berg im süden läuft einer 170 ok die laufen weg von uns bis hinterher da oben steht noch einer auf 145 da ist der andere der die hüpfen hier an den bergen rum die wollen hier in die stadt gucken und schießen da oben auf dem berg 140 ich sehe es bis auf den ballern weil ich habe kein gutes visier nein das macht gar keinen sinn ne auf jeden fall nicht ah so wie die gelaufen sind hätte ich auch zwei feinde sein der eine kommt übrigens wieder runter jetzt läuft der wieder hoch ich bin's ja jo hab ich mir schon gedacht nochmal auf einen geschossen damit er mal nicht mehr einfach frei rumlaufen kann damit er nicht denkt er kann hier machen was er will ja einfach ein bisschen druck machen um die leute ein bisschen zu nerven oh ja ich glaube die haben dich gefunden ne die haben nicht auf mich geschossen das ist nicht das klang so als würde es bei dir einschlagen ehrlich ich dachte bei dir ja also für mich klang ein bisschen weit weg ja egal die haben auf uns geschossen die haben definitiv auf uns geschossen ah ich sehe ihn da oben hochlaufen die sich auch mal ja ist grad weg bei mir ach besser wir sind hier in der holzone und wie letzt hat man noch immer kurz gucken ja ja stell dich neben mich auf die offene fläche sehr gute idee da ist er schon das ist deutlich hinterm berg ne ja ich vermute sind wir nicht die ersten die dich dahinter auf dem weg machen ne das glaube ich auch nicht wenn wir kein auto haben aber das ist ja nicht so wild wenn wir den nicht kriegen denk ich da kommt was gefahren da müssen wir jetzt hier schnell an die ridge kommen sie abschießen ja schon weg zwei leute ich würde sagen die waren grad dran die waren schon dran wo wir gerade das auf der entfernung gesehen haben stand die dahinter ich hab das gerade schon gesehen da stand niemand kein auto aber hier ist ein motorrad sollen wir den hinterher und uns den loot holen wer weiß nicht wo die hingefahren sind also ich kann nochmal rankommen hinten links haben sie gehalten auf der linken seite der straße an den compound haben sie gehalten ich hab den da laufen sehen das auto steht hinten auf der straße tatsächlich und ist leer ja ja sollen wir hinlaufen oder motorrad wenn dann laufen wenn du die haben willst müssen wir laufen ich würde auch über die linke seite sagen und bei der rechts halt die häuser hast ne da hast du ein bisschen mehr deckung ja aber ich da muss halt nicht mehr über die straße da muss halt nicht mehr über die straße dass sie dich spotten wie gesagt er hat alles vor und nachteile die leute sind flott dran diese sacknasen ey da sind sie gerade weggefahren ja die müssen gerade da hingefahren sein wo wir das nicht mehr richtig einsehen konnten boah ich dachte echt wir hören das eher wenn da einer da sind gerade so das wegfahren gehörten da sind wir schon ganz schön herangefahren herangelaufen ja da oben läuft er grad auf der baustelle ja und bei Chancen da läuft ein anderer hinterher das sind die beiden wenn sie einstecken müssen wir schießen ne naja ich bin grad aber noch in Deckung also naja ich auch den er läuft jetzt ins Auto ist er naja fährt los den Arsch von rechts kamen noch Schüsse von Osten ach ne von hinter uns ist das wollen wir uns aufteilen oder wollen wir zusammen in eine Richtung gehen aber wir können uns doch nicht aufteilen das macht mehr Sinn sind wir halt nicht mehr so nah beieinander ich sehe hier einen vor mir Norden vor mir zu dir m2 für 9 bin ich gesehen er pusht mich links ich bin safe hier oh mein Gott also ich bin sowas von safe hier wie safe er geht nicht zu liegen boah krass ich hab ihn grad gesehen wie er bei dir um die Ecke ging aber ich hab den Kill nicht bekommen der wurde gerade abgeschossen wo ich voll auf ihn durchgezogen hab mit der AKM ja der hat noch eine SKS oder sowas von der anderen Seite geschossen wir sollten uns echt versuchen Sneaky jetzt zu bewegen die müssen aber irgendwie 4 oder 8 der Scope haben ja ich muss erstmal hochheilen und looten ist dann halt auch nicht drin ich hab fast Aidkit ja ich nehm die Bandage ich hab Zeit wie gesagt von wo? Südosten oder Osten in der Richtung das ist grad das ist grad nicht möglich guck doch mal wo ich stehe ich bin hinter dem Haus jetzt hab ich durchs Haus durch die Fenster geschossen oder sowas ach da oben auf dem Berg ich seh's aber ich kann den einen looten hier Alter meine Weste ist sowas von tot wenn ich eine Weste hat wär ganz geil ähm müsste einer eigentlich haben das ist immer noch im Berg also die kommen nicht runter aber die haben auch kein gutes Scope wa? mhm achso die wir grad gekillt haben ja 3er Scope hat der auf seiner Karate wären sie beschossen dann wären sie natürlich beschäftigt wär natürlich nice wir laufen oh lol yo ok die haben uns gute Scope da oben jetzt ist die Weste wirklich tot ok komm lass einfach hier mal ein bisschen weg ich glaub das ist echt nicht klug was wir hier machen mhm oder krieg? warum haben die denn keine Scopes gehabt die Sackgesichter der andere hatte auch kein Scope und Heilung hatte der war hast du welche? ne dann hier dann hier versuchen den Hügel im Südwesten einmal zu überqueren dass wir auf der einen Seite der Ridge sind dass die uns nicht abschießen können Südwesten? Südwesten? ja direkt neben uns ist ein Südwesten mal versuchen ja hattet ihr irgendwie Ammo oder so? ne ne? 556er kann ich dir geben Flashhalter habe ich hier noch das ist schon mal ganz geil und Frag Grenades und ne Weste und 556er hab ich hier auch noch mal äh dich brauche ich nicht mehr so ok er fährt nen Buggy neben uns ja ja scheiß aber drauf er fährt über nen Hügel tatsächlich gerade bei uns ach du shit ja ja der ist da neben boah ich seh die zwei leute sind da drauf die haben da gehalten haben da Fabcheck bei uns äh ich laufe weiter links als du Gott ja ich hab grad ne Granate geworfen alter einer down hab ihn hab ihn ich muss mich heilen ich muss mich heilen hoffentlich schießen die jetzt nicht ach Gott sei dann die Sau nein 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 bitte bitte beeil dich weil ja easy 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 wir noch den hier den Buggy nehmen oder? ja ja warum haben die alle nichts? ich hab äh ein 4er Scope komm ich komm ich komm deswegen fährt man nicht laden die Zone ich glaube die haben uns ja gesehen dich haben sie gesehen mich hatten sie noch nicht gesehen die haben sie erst gesehen als ich rüber gekommen bin der hat direkt der kam über der Ridge hoch wo ich grad die Granate gezogen hatte dann hab ich mich einfach nur beim Granaten werfen dann hab ich mich schnell hingelegt dann hat er mich nicht getroffen oh ne das ist ja ne Ecksecke hier bisschen ne ich kann ja nur jetzt ran fahren und hoffen das wird ein Junge unterholzt werden ja muss ich schon sagen mal ran ich bleib hier stehen direkt in meinem Prognome ja aber wir sind zumindest direkt auch noch in der nächsten Zone dran erstmal heilen ey jetzt gibt's gar nix wie sieht's bei deinen Boostern aus? ja ich hab noch je nachdem ich den genommen hab 2 Pin-Killer und 1 Energy ja ok dann kann ich nicht so also hab ich nur noch Bandages äh dann nimm mal wenigstens hier einen First Aid Kits ach so ja gut wenn du 2 hast ich hatte 3 Bill First Aid Kits ja dann läuft ja nix bin ich ran voll geboostet so er fasst kein Ammo für meine UMP alter äh hab ich leider nichts für ja dann laufen wir nie wieder ne wollen wir hier noch durchgehen durch die Häuser ähm zweites Drop guck mal da liegt ein Drop auf 160 oh 160 ganz weit weg 500 Meter weg also 9mm bräuchte ich jetzt ich geh mal mit die andere Seite hier rüber hier liegt noch ne Frag Grenade oh n Energy hier liegt noch ne Frag Grenade die ich jetzt nicht mehr mitnehmen kann da oben drauf lagen nur Backpacks die nehm ich aber mit die Frag da eine weggeworfen ja ich hab doch eine geworfen da hab ich wieder 5 ich hab eine geworfen ich hab eine geworfen oh guck mal hier liegt ein 3er Helm oh und ein heiler 2er Helm falls du noch brauchst toll hier liegt ne K ja die hab ich schon nein ne ich bräuchte ja ein 2er Weste tatsächlich ne ne jetzt bin ich wieder full alles heile bei mir 3er Helm, 2er Weste alles gut ne meine Weste ist immer noch halb zerstört die andere Baustelle können wir hier noch mitnehmen hier ist noch ein 2fach Scope hab ich schönste Südost jo gehört hier ist noch ne 2er Weste in der Baustelle unten hier ist ne UMP mit 90 Schuss die kannst du noch gebrauchen 2er Weste nicht doof da bist du schon vom Morgen an Alter Zone 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 jo 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 Ich sehe es sie sehe es oah nein bitte hit dich nicht Hast du meine 90 Schuss mitgenommen? ne ne ah ne ah da muss das jetzt reichen wie schlust du? 40 und 13 Reserve Das ist echt schlecht, also das ist wirklich scheiße Für ne Waffe mit der man Autofeuer schießen will, ja Erstmal nochmal nach hinten gucken, dass jetzt die anderen hinter uns sitzen Alter das ist ne AWM, da war so ein shit dabei Oder ne M24, irgendwie sowas Oh, Moment Westen Ja, ich bin der Meinung, der im Schoß im Westen gehört Waren die hier unter uns rum, kann das sein? Ja, die sind hier auf einer anderen Straßseite, irgendwo 205, würde ich jetzt sagen 200 Ich würde sagen, ja, 205 würde ich auch sagen Wir müssen hier auf der Seite runter, wobei wir müssen, äh, wir müssen Westen circlen Lass uns, sollen wir Westen circlen? Wir müssen mal kurz gucken Alter, das ist halt die absolute Todeszone in der Stadt, ne Ja, lass uns mal ein bisschen Westen circlen Wir können aber eher nicht einfach den Berg runter rennen, oder? Ja, willst du das wirklich? Wir können nicht einfach den Berg runter rennen, meine ich doch Achso Ne, das ist keine kluge Wahl, glaube ich Ich bin mir nicht sicher, ob nicht der gegenüberliegende Berg jemand irgendwo drauf ist Ja, ich weiß es auch nicht Ich hab auch nicht wirklich die Scopes, um die dann zu verhalten Ich hab ein Vierer, wie gesagt Aber dann wird's halt Ja, ein Zweier Okay, die sind da definitiv irgendwo 160 Süden Aber ich bin der Meinung, ich hab auch von hier einen Schuss gehört Oben auf dem Berg, oben auf dem Berg gegenüber, 235, zwei Leute Achso, ja, ich seh's Siehste Schön gehittet Ich hab ihn ausgenockt, hab ihn ausgenockt Bin am Baum da Ja, mich absehen am Baum, kann ich auch schießen Ich würde sagen, der andere steht auch am Baum Oder? Ne, steht er nicht Wir haben noch 13 Sekunden, bis die Zone kommt, ne? Ja, wir sind ja direkt dran Dennoch sollten wir uns gut bewegen Sollen wir in deren Richtung, dann holen wir uns die weg und gut ist Ist besser noch ein First-Aid-Cut Pick up Ich würde eigentlich nicht in deren Richtung, weil Wir haben da keinen Aber gut, wir können auch hier einfach drin bleiben Wir sind ja hier auch noch drin Undeckung wird dann schwierig Aber hier sind wir, in der Ecke sind wir ganz gut drin, denk ich Auch von hinten dann Äh, 195 Ganz am Ende der anderen Zone, läuft jemand? Ja, zwei Leute sehe ich da oben Einer auf dem Berg und einer springt da Ja, stimmt Der am Baum ist leider nicht tot, ey Ich hab den noch zweimal mit der K gehittet Dass der nicht tot ist Wunderlich Ich hab ihn doch auch zweimal mit der Mini gehittet Ja, aber wo er ausgenockt war Ja Der hätte doch tot sein müssen Zwei K-Hitze Ich glaub hinter uns kommt K-Hitze Da ist noch eine K Ah, hier 175 An dem Dingens läuft jemand Die feiten sich da halt gerade Hinter dem Hügel auf 175 ist der Feit Sollen wir mal rüber ein bisschen in die Und auf 170 ist jemand an den Palmen Da sehe ich niemanden Die laufen jetzt gerade Ah, ich bin da oben Er looted den gerade oder was Ne, ne Die haben nicht da oben gefightet Das ist nur eine Partei davon Alter, guck dir mal die Zone an Die nächste Ja, ich weiß Oh, links Andere Straßenseite Meist auch Granaten Das war erstmal ein Painkiller Muss mich heilen Und dann müssen wir die irgendwie kriegen Jawohl, die Kinnlade hängt jetzt auf halb acht LOL, what the fuck It's Chris Und wir haben 24 Leute Alles klar Herzlich willkommen in meinem Stream Okay, sollen wir rüber? Ja, da hau wir rein Komm Ne, ne Wir könnten die auf die Container dann von oben Ja, komm Komm rein Wobei, wir haben dann von oben halt Hinter uns, hinter uns 250 Läuft gerade ran Beide, beide 250 ist einer, der dich sehen kann Boah, Jesus, ehrlich? Ja, hinter der Ridge jetzt Ich bin doch hinter der Dings schon Achso, dann kann dich nicht mehr sehen Sehr gut Ich bin einfach wirklich runtergesprungen Im Dauerfall Ich hab beide umgesprayt Sehr gut Ich mach deinen Rücken Jesus Christ Das hat funktioniert Ich fasst das nicht Hier hast 8kid, 8er Scope Hier sind noch Painkiller Was brauchst du? Wie viele Läden noch? Nicht viele, wir sind gleich fertig Fünf Ah, scheiße Das sind Tote Ich weiß, das war klar Ihr auf 200 sind Tote Wir müssen, wir müssen herbeweit Wir müssen, das ist so ätzend jetzt Wie machen wir das? Hast du eine Idee? Hallo, it's Chris Hallo, it's Spray Ja, ich bin wieder da Äh, ja Einfach nur, weil ich Deminararbeit schreiben musste Tatsächlich Danke für die Für den Host, wie gesagt Herzlich willkommen Alle neuen Zuschauer Oben am Stein Direkt vor uns 195 Da ist einer Aber die haben halt die Harte die Posi, ne? Oh, ich hab beschossen von links Das war genau der Oh, lol Der hat mir wieder einen Arm geschossen Äh, ich boost mich mal hoch Und dann müssen wir laufen Äh, macht keinen Sinn Fuck Posi Das ist jetzt GG für uns, ey Lass mal gucken, dass wir Richtung 240 so laufen Direkt auf den Zug Ready? 240 Äh, Moment, Moment, Moment Äh, jetzt Bin ich heute nicht Erzielt, erzielt Jetzt kann man Oh, da ist er Das ist ein anderer, den ich dachte Den müssen wir uns holen, ne? Sonst wird er nichts Achtung, Granate Hab ihn ausgenommen Oh Der andere läuft hier links Vom Westen von uns Wir müssen in die Saun Der ist jetzt direkt vor uns Hier im Westen Über der Ridge Äh? Ja, direkt hier vorne Wo wir grad am Hügel stehen Direkt vor uns Derseits Lauf rechts rum Oh, nice Lol Ja, hab ich auch gern gedacht Das hab ich jetzt nicht erwartet Dass das so gut funktioniert Ich auch nicht Wir mussten übers freie Feld Auf zwei verschiedene Teams zu laufen What the fuck Und das funktioniert Auf der Map, ne? Und keiner schießt auf uns so richtig Außer einer Ey, nice Mega nice Schöne Runde Auf jeden Fall Schöner Ausgang Ey Wie gesagt, dankeschön für den Host Ich weiß gar nicht, was mich mit euren kennenden Leuten anfangen soll Ey, Jungs Ja, habt ihr erst mal den Sieg gesehen Sehr gut Bist du da? Am Start? Ja, ich Ja